Einen wunderschönen guten Morgen. Letzte Woche Samstag habt ihr es gesehen. Da haben wir Geschenke für echt so. Also für Max von TipTapTube gekauft. Und jetzt in diesem Video seht ihr die Anreise. Da fahren wir jetzt nämlich hin. Die kommt auch mit. Sag mal hallo. Da ist schon wieder was runtergefallen von oben. Denn es kommt noch einer. Butzemann, guten Morgen. Wir fahren jetzt gleich los. Da fahren wir auch hin, genau. Weil, das haben wir euch im letzten Video schon gesagt. Wir fahren in die Pfingstferien und auf dem Weg dorthin. Da halten wir bei TipTapTube an und überraschen Max. Mal gucken wie das wird. Auf jeden Fall jetzt in diesem Video. Schön dranbleiben und immer dran denken. Däumchen nach oben. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und am besten ein Urlaubs-Emoji. Da könnt ihr euch auch suchen was es ist. Ob ihr lieber Strandurlaub oder Winterurlaub macht. Dann entweder ein Strand-Emoji oder ein Winter-Emoji. Jetzt für eure Lieblingsferien in die Kommentare. Wir sehen uns gleich wieder. So, Hallöchen. Jetzt sind wir unterwegs. Die beiden sind gut versorgt wie ihr seht. Braucht man ja immer, ne. Ein bisschen was gucken. Ja und wir fahren jetzt also los. Nach oben Richtung Norden. Zu TipTapTube. Und dann gucken wir mal. Was Max sagt wenn wir da plötzlich auflaufen. Also, wir sehen uns gleich wieder. Da! Hier, da ist die Elbe. So, wir fahren jetzt nämlich. Wie ihr seht sind wir in Hamburg. Und sind schon sehr lange unterwegs. Weil leider Gottes wir natürlich nicht die einzigen sind die heute los fahren. Es ist sehr voll. Aber irgendwann kommen wir auch an. Wir sind ja nicht auf der Flur. Oh, da ist die AIDA. Weiß nicht, wenn ihr das ranzoomt. Wo ist die AIDA? Da hinten. Da ist die AIDA. Leon, guck nach links. Das ist nämlich gerade die Ellerholzbrücke wo wir drüber fahren. In Hamburg. Also wer aus Hamburg kommt, der wird es kennen. So ihr Lieben. Wir haben es nicht mehr für möglich gehalten. Unfassbar viel Stau. Aber Pfingstverkehr. Was wollen wir machen? Wir sind da. Wir sind bei TipTapTube. Und jetzt werden wir gleich Max überraschen. Hast du geklingelt? Ja. Hast du wirklich geklingelt? Ja. Drück nochmal drauf, man hat nichts gehört. Warte, warte, warte. Ich hab schon geklingelt. Da hat man es gehört so. Hallo. Es geht nämlich. So stunden die Kameras überall an. Selbstverständlich. Hallo. Ich hab's doch direkt gehört schon wieder. Hallo und herzlich willkommen bei TipTapTube. Es war so viel verkehrt. Schön, dass ihr da seid. derechos. Ja, Leon, komm rein. Hallo. Komm rein. Komm rein, spaziert. Hallo. Unser Besuch ist aus. Das ist total light. Nein, das passt schon zu gut. Hi. Hi. Da war jetzt voll schnell. Ach, da war ich schon. Die erste Brutsche ist weg. Hi! Alles klar bei dir? Ja. Super! Na, wir gehen, dass wir uns gesehen haben. Und bei dir muss ich glaube ich ein bisschen größer werden. So, da ist das Geburtstagskind hier. Oh, danke. Große Geschenke übergaben. Dankeschön. Ich glaube, ihr habt auch ein Video dazu gemacht, ne? Ja, Gott sei Dank. Wenn ihr Geschenke habt, ja? Oh, dann bitte ich nur nicht, bis ihr hier kommt. Ist die Kamera an? Ja, sicher. Sieht man gar nicht. Ja, warte, warte, warte. Hier. So gehört sich das doch, ne? Man muss doch sehen, was man macht. Kommt gerne rein. Wollt ihr schon mal was trinken? Das ist ja fast wie bei uns das Hauptrunde da. So, jetzt geht's los. Das große Geschenke auspacken. Alle Kameras an. Und jetzt werden erstmal die Geschenke von Juju ausgepackt. Next. Ein paar hattest du ja schon von uns? Ein paar hatte ich tatsächlich schon. Und dann los geht's. Los geht's. Ich bin gespannt, was hier drin ist. Gehst du für mich die Schokolade, oder? Nein. Nein. Oh, Lulu. Doch. Ach so, für alle. Ja, okay. Die Video gibt's dann nachher auf drei Kanälen zu sehen. Einmal bei Lulu und Leon. Hier wird gerade aufgenommen. Ja, da auch. Und einmal bei echt so. Das übernimmt Frissi denn hier. Und... Der stinkt auch sonst immer so, ne? Ja, klar. Ja. Ne. Ich sag mal was drauf. Gemalt. Das haben wir uns auch so gedacht. Dann gab's ja zwei Duftrichtungen. Und Schafe. Guck dir einmal an wie das Video. Echt? Cool, ey. Hast du das gemacht? Ja. Das ist gut gemacht. Dankeschön. Ja. Ja. Vielleicht auf jeden Fall einrahmen. Warte, wenn jetzt da eben Deo drin war. Dann ist glaube ich das hier nicht so weit von entfernt. Nee. Fühlt sich jedenfalls schon so an. Ganz ehrlich, ich will ja mal duschen gehen. Ach nein, ich will ja, ich dusche ja nicht so oft. Das Duschgel dazu. Danke. Da ist es auch fast alle. Ja, das stimmt. Ähm, das riecht auch. Riecht gut? Riecht auch gut. Riecht auch gut? Riecht auch gut? Riecht auch mal? Riecht gut. Riecht eigentlich müsste es nochmal drauf. Ne? Nee. Okay. Warst früh wach heute, ne? Hä? Warst früh wach heute. Ja. Die fünf stand vorne. Du, aber ich nicht. Das war so ein Bildschirmreiniger. Da habe ich ja auch nicht gesehen, aber habe ich nicht gebraucht, ne? Falls man das für mal irgendwie dreck sein sollte. Danke. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt hier zum den größten Geschenk. Da ist ein Ball drin. Nein. Oh. Guck was noch. Ein Ei. Das ist noch gar nicht. Für Mags von Luisa. Was soll das für ein Haus hier sein? Euer Haus. Unser Haus? Wie cool. Auch noch so klein, ne? Stimmt. Hat auch so viele Fenster. Und auch hoch. Schmal. Schau mal. Hä? Schein mal was drin ist. Was? War nah dran. Damit wirf man da auch. Ein Footballer. Wow, Footballer. Alter, du musst ja nochmal spielen, ne? Ja. Ja. Hattest du recht, Lulu? Ja cool. Dankeschön. So, das war das große Geschenke auspacken. Jetzt von Max. Und jetzt brauchen wir mal ein bisschen Ruhe erstmal. Geht gleich weiter. Essen ist vorbei, aber es geht direkt weiter. Ja. Das ist hier. Hier, Sprutmachos und Erdbeeren und Wassermelonen und Sahne. Wir bleiben einfach hier. Wir bleiben einfach hier. Wir werden hier, das ist ja königlichst empfangen. Das ist ja. Besser geht es ja gar nicht. Und jetzt zeige ich euch mal gerade, wo die Kinder gerade sind. Guten Tag, guten Tag. Hier ist Spielabteilung. Hier ist nämlich Spielabteilung, genau. Bei wahrscheinlich Esch im Zimmer, richtig? Ja. Hallo, wie geht es? Wer ist das? Pharao. Der Pharao. Eigentlich heiße ich Nacktlo. Achso. Ja. Die sind auf jeden Fall gut beschäftigt, wie ihr seht. Deswegen gibt es uns Eltern Zeit. Einfach kurz mal eine Runde. Die Füße hochlegen. Kurz einen kleinen Kaffee und ausnahmsweise was essen. Wir haben ja lange nichts gegessen. Wir haben jetzt den Kuchen jetzt gleich. Ja. Es gibt Kuchen und Erdbeeren. Ihr habt es gesehen. Kinder lassen wir spielen. Alles in Ordnung hier, oder? Ja. Gut. Und da oben, genau. Da oben ist nämlich... Oh. Oh. Nein, du kannst unten bleiben. Da ist er. Da ist er. Du kannst unten bleiben. Nicht, dass du fällst. Nein, ich geh auch nicht ganz so. Was war's mit dem Rücken? Ich wollte dir ja nur sagen, dass du hier Max nicht stören soll. Deswegen. Ich störe Max nicht. Ist das ich? Alles klar. Was hast du da jetzt schon wieder? Pokémon-Tap-Tandy. Das ist... Aber du solltest doch die Geschenke hier mit hinbringen. Und das war jetzt dein Geschenk. Haaa. Das war jetzt dein Geschenk von... Also ihr habt hier die Pokémon-Tap-Tandy. Das war jetzt unser Besuch hier bei TipTapTube. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns empf... Es hat alles geschmeckt. Es hat der Spargel geschmeckt, der Schinken geschmeckt, die Kartoffeln geschmeckt, der Kuchen geschmeckt, die Erdbeeren geschmeckt, das Eis geschmeckt. Und das haben wir nämlich alles gegessen hier. Hast du die Rechnung schon geschmeckt? Wir haben uns quasi überhaupt nicht unterhalten können, weil wir nur am Essen waren. Nur am Essen genau. Das ist es, ja. Hauptperson, da ist er. Max natürlich. Und Chrissi auch. Er filmt auch. Immer, immer die Leute mit der Kamera hier. So, Herrschaften. Wir sind da. Wir sind in Dänemark im Landalpark See West. Wir gehen jetzt das erste Mal zum Haus. Wie es dann da aussieht und so eine kleine Haustour und Rootour und so. Das seht ihr im nächsten Video. Aber, ja. Wir wollen ja erstmal gucken, wo wir überhaupt hin müssen. So. Licht, Licht, Licht. Jetzt brauche ich Licht. Dieses Haus, wie es aussieht im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen. 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 Und vergesst nicht. Dann kann man uns mal abonnieren. Hier unten auf den Backen. Ha, 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 ha. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann klickt auch an die Seiten. Tschüss. Bis dann.